Hallo Männer, falls ihr einen Kommentar geschrieben habt und von mir seit Monaten keine Antwort gekriegt habt, ich erkläre euch warum. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Ja und zwar gibt es hier eine Seite, die Kommentare sich schimpft. Hier ist jetzt markiert unbeantwortete Kommentare. Normalerweise beantworte ich Kommentare, die in der Glocke sind und beantworte die halt einfach. Jetzt musste ich erschreckenderweise feststellen, dass ich... ...gefühlt 20, 30 Kommentare gar nicht gesehen habe. Ja, sorry dafür. Zukunft werde ich hier auch reingucken, falls da jemand kommentiert. Und ich antworte jetzt einfach auf die ganzen Fragen. Also wie gesagt, nehmt euch nicht übel, weiß nicht was YouTube hat, erscheint was umgestellt oder so, keine Ahnung. Nur, dass ihr Bescheid wisst, war nicht böswillig oder so. Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Kurze Info, tschüss. Also wie gesagt, jetzt kommt ihr STRZT nach.